Das Jahr 2000, ich sitz vor dem Rechnen und grübel über Beats Logitech, Boxen, Hip-Hop, EJ, der Anfang von Musik machen Andere hatten Platten und Vierspurgeräte, ich hatte das Internet Gecrackte Programme, Plugins und dann kam der Synthi-Rap 2005 beschlossen es ernst anzugehen Mir Reason zuzulegen und Mies zu zerlegen mit JD am Übernehmen Die Tracks waren kreativ, aber zu wenig Ich wollte den rohen, dreckigen Sound und nicht ständig aus Scheiße Gold bauen 2008, die wackige Technik geht in die Knie Zeit für einen Traum, eine nagelneue MPC Ich saß Nächte an den Drums und prügelte sie Spirituelle Momente, aber auch das ging zu Ende Wie die Quali von Apple-Produkten Man muss halt gucken, was man sich leisten kann Und dann fängt der Scheiß meistens von vorne an Siehe Handys, Discman, Camcorder Die Welt der heutigen Technik, Christ und Empower Die erste Ritterplatte gab's kostenlos, 1994 Als unfreiwilliges Geschenk von World of Music Leipzig Zuhause rein in den Player-Infektion komplett Ich wusste, irgendwann mach ich selbst ein Album mit Rap Immer wieder mal gefreestylt, bis sein Homie zu mir meinte Lass meinem Bruder mal was aufnehmen, so Texte mit Reimen Sein PC war Wack und Hip-Hop-EJ Das Programm bewafften Cola-Dosen auf den Boden Und recordeten die Drums Dann war der Beat fertig, kratzend dreckig wie ein Slum Kein Geld für ein Mic, über Kopfhörer aufgenommen Jetzt fühl ich mich wie 90, wie ein 20er-Jahre-Automobil Wenn ich von Freestyle-Tapes erzähl, bezeichnet man mich als Fossil Bald hatte mein Homie Sipes die ersten Re-Loops Das 15 Mark Mike war der Stolz und los ging der Modus Die ersten Cover gemalt und Rohlinge selbst beklebt Egal wie wack die Technik war, wir haben's täglich gelebt Und wie beschissen, ich hab' sie gehasst Commercial Beats von Wasser, Mabipo und Dr. Dre Kurz nach dem Millennium entstanden solche Sounds Die mittlerweile für irgendwelchen Pestplatten verstauben Dass der Shit verloren geht, das will ich wirklich nicht Aber es wird passieren, weil's denn wackige Technik ist Dieoure-Nübben ist für dich, die Welt zu zeigen und die Welt zu erinnern Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020